Alle Bewegungen des Lebens in uns und auch auf der Beziehungsebene ist immer ein Wunsch nach mehr Nähe oder ein Wunsch nach mehr Autonomie. Und das kann aber in einer Erwachsenenbeziehung gleichzeitig da sein. Und das ist die Erwachsenenbeziehung, wenn das gleichzeitig da sein kann. Das ist sozusagen das Kriterium dafür.